So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Der Adi hat gerade die Aufnahme gesprengt, der ist schon wieder auf der Tastatur rumgetreten und immer wenn man auf die Leertaste drückt, beendet es einfach die Aufnahme und ich habe irgendwann rüber geguckt, gesehen, es läuft gar nicht mehr. Müssen wir es nochmal machen. So, heute war Raid-Boss-Wechsel, heute kam Regi Ice in die Raids, heute kam Megadespo da in die Raids. Heute habe ich aber einen Megadespo da Raid gemacht, den seht ihr dann morgen als Video. Auch meine Ziele momentan im Event, es wurde nämlich schon wieder ein neues Event angekündigt, obwohl heute ein Event gestartet ist, ist ja das Event, was nach dem Event kommt, schon angekündigt worden und das Event nach dem Event ist das Event jetzt und das ist jetzt auch angekündigt worden gestern und deswegen machen wir das heute, damit ihr absolut keinen Durchblick mehr habt. Danke, Neyentic. Ist ja noch Zeit, aber wir hauen das heute raus und dann guckt da mal, ob ihr euch das alles merken könnt. Wir sehen hier ein super geniales Bild. Es ist düster, da ist Giovanni, da ist Crypto Mewtwo, da ist Crypto Groudon. Crypto Mewtwo war ja schon in Crypto Raids drin, Crypto Kyoko gab es letztens. Jetzt kommt also auch noch Crypto Groudon und ist wieder an eine Spezialforschung gekoppelt. Beschützt die Welt vor Team Go Rocket und Giovanni und rettet Crypto Groudon und Crypto Mewtwo während des Events welt voller Wunderübernahme. Natürlich kann man auch wieder Frustration verlernen, aber dazu dann später nochmal mehr. Welt voller Wunderübernahme, Mittwoch, 27. März, 0 Uhr bis Sonntag, 31. März, 23.59 Uhr. Also ab Mittwoch bis zum Rest des Monats startet das, rettet Crypto Groudon. Es gibt wieder eine neue Spezialforschung, bei der man einen super Rocket Radar erhält, Giovanni aufspüren kann und Crypto Groudon besiegen kann, fangen kann, fangen muss. Wenn ihr nicht in dem Event spielt, ist das auch nicht schlimm. Diese Spezialforschung, so wie es hier steht, kann man bis zum Ende der Season erhalten, wenn man sich einloggt. Steht also hier, also man muss das bis dahin nicht abschließen, man kann es bis dahin erhalten, indem man sich ins Spiel einloggt. Das ist nicht an dieses Event gekoppelt. Bis zum 1. Juni 2024 habt ihr Zeit, wenn ihr euch einloggt, dass ihr diese Forschung abholen könnt und dann habt. So nehme ich das jetzt wahr. So, redet Crypto Mewtwo. Crypto Mewtwo erscheint erneut bei Crypto Raids. An einem Wochenende, war aber auch schon so angekündigt, Samstag der 30. März und Sonntag der 31. März gibt es Crypto Mewtwo in Crypto Raids der Stufe 5, das heißt in der Zeit sind keine Crypto Raikou Raids da, was ja eigentlich jetzt im März sein sollte, aber ich glaube die Leute raiden lieber Mewtwo als Raikou, weil Mewtwo kann man nie genug haben und ist ja eh das krasseste Pokémon. Das Ding kann natürlich Shiny sein, Groudon kann nicht Shiny sein, aber Mewtwo kann Shiny sein. Dann hat sich was an den Eiern getan. Auf dieser Season-Übersicht wird ja von den 12km Eiern immer gar nichts mehr gesagt oder gezeigt. Die sind ja gar nicht mehr aufgelistet, was ich schade finde. Jetzt aber neue 12er Eier, beziehungsweise alte, aber es ist ein neues Shiny vorhanden, eine Shiny Garnoville. Garnoville kann das erste Mal dann ab dem Event Shiny ausgebrütet werden. Ihr habt in den Eiern dann Lavita, Garnoville, Gladiantris, Scalic, Capuno, Pampam, Molung und Knattox. Alles kann dann Shiny sein, bis auf Molung und Knattox. Manche Dinge hat ein C-Day, manche Dinge sind selten, aber Garnoville eben zum allerersten Mal. Event Boni. Team Go Rocket erscheint häufiger bei Pokestops und in Ballons und ganz wichtig, dass man Frustration verlernen kann. Irgendwie nimmt das auch sehr zu, weil früher hast du gefühlt einmal im Jahr ein Event gehabt, wo du Frustration verlernen konntest. Mittlerweile fühlt es sich an, als wäre jeden Monat einmal ein Event, wo du Frustration verlernen kannst. Was nicht schlimm ist, also ihr sammelt ja eh eure Kryptos und dann gebt ihr Add Frustration ein in eurer Suche, dann zeigt das euch alle Pokémon, die die Attacke Frustration können und da könnt ihr dann wegmachen, bei denen wo es weg soll. Beziehungsweise ihr müsst ja nicht jedes Krypto aufheben, hebt halt nur die Kryptos auf, die ihr wirklich braucht. Boah, ich hätte jetzt den Double Samyang Curry Nudeltopf mit Fischstäbchen nicht essen soll, jetzt stößt es mir immer zu auf und ich kriege Schluck auf. Also Frustration, wunderbar. Ich habe schon wieder ein paar Sachen gesammelt, wo ich nur darauf warten wollte, dass ich die dann mal entwickeln kann und dass ich dann die Attacken wegmachen kann. Das passt. Generell werden auch andere Krypto-Pokémon eingesetzt. Steht nämlich hier. Neue Krypto-Pokémon erscheinen bei den Rüpeln, natürlich auch bei den Bossen wahrscheinlich. Krypto-Taupsy, das allererste Mal, wer es braucht. Krypto-Flampion finde ich eigentlich genial, weil ich habe mir eine kleine Flampivian-Armee aufgebaut als Feuerangreifer, weil ich das Teil einfach cool fand. Jetzt könnte ich Stück für Stück vielleicht die Flampivian normal gegen Krypto-Flampivian ersetzen und die vielleicht hochziehen mal auf 40, 50 oder so. Das wäre ein Ziel. Vielleicht sollte der Habanero-Lime-Account sowieso irgendwie hauptsächlich aus Krypto-Pokémon bestehen und da sind halt dann eben die IV auch egal, deswegen sammle ich auch gar keine Hunderter mehr, weil Kryptos ja sowieso krasser sind. Krypto-Molly-Morba ist am Start, Krypto-Monozyto ist am Start hier. Hier steht noch, bei den Pokémon, die ihr von Team-Go-Rocket-Rüpeln rettet, kann es sich mit etwas Glück sogar um schillernde Pokémon handeln. Das war früher ja nicht so, da konnten nur die Rocket-Bosse schillernde Pokémon hinterlassen, aber mittlerweile hinterlassen auch die Rüpel schillernde Pokémon. Krypto-Raids, da ändert sich auch ein bisschen was. Krypto-Raids Stufe 1, Krypto-Traumato, Quapsel, Schmerbe, Tarnpignon, Traumato, Quapsel können Shiny sein und Krypto-Raids der Stufe 3, Caboera, wohin genau und Sneebel. Sneebel kann Shiny sein, der Rest nicht. Was wäre für mich jetzt interessant? Hm. Eigentlich Krypto-Sneebel, weil das ja trotzdem ein guter Eis- oder Unlichtangreifer ist, aber ich habe als Eis eigentlich Krypto-Marmut-Tel und als Unlicht vielleicht Despot da, weil ich die irgendwie cooler finde. So, deswegen, also Raids brauche ich eigentlich nicht, außer für eine Medaille vielleicht, da wieder mal verschiedene Sachen zu machen. Pokémon bei Feldforschungen. Auch hier, es gibt besondere Feldforschungsaufgaben, da gibt es am Ende wieder mysteriöse Teile, die ihr auch direkt aus den Feldforschungsaufgaben bekommen könnt, dass ihr weniger Rüpel besiegen müsst, dass alles schneller geht. Es gibt Lade-TMs, Sofort-TMs, Begegnungen mit Event-Pokémon, das passt auch. Was sind wilde Pokémon jetzt im Event generell? Die folgenden Pokémon erscheinen häufiger, Kramurks. Zobiris, Felilu, Zurokex, Iskala. Kramurks finde ich richtig stark, denn den würde ich vielleicht als Flugangreifer in Krypto, als Sechser-Team, mir aufbauen wollen, weil der irgendwie auch cool ist, also Kram-Chef, die Entwicklung. Ich habe aber keine Kramurks-Bonbons. Es wäre also cool, in dem Event vielleicht mal Bonbons zu machen für Kramurks. Zobiris, ja, hat ja mega Entwicklung, wenn ihr eins habt, was ihr vielleicht zu einem Hunderter lösen könnt. Zurokex, GBL, Zobiris, GBL, ist ja alles irgendwie vertreten. Was aber wichtig ist oder interessant ist, mit etwas Glück begegnet ihr Zorua, Skalük oder Kapuno. Zorua, hm, kennt man, Kapuno, ja, auch Unlicht, Bonbons, Trigefalo, richtig cool, aber Skalük, da ist ein Pokémon, was es nur aus 12 Kilometer-Eiern gab und jetzt mit diesem Event dann das erste Mal in der Wildnis anzutreffen ist. Da ist dieser kleine Kackvogel, Skalük. Kommt irgendwann auch Garnoville in die Wildnis, obwohl bei Garnoville dachte ich, der kriegt ja sowieso irgendwann mal ein Sea-Day. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber wäre irgendwie trotzdem cool. Befristete Forschung, es gibt eine befristete Forschung wieder, da erhaltet ihr auch Event-Pokémon-Begegnungen, Items, es gibt Pokéstop-Showcases mit Event-Pokémon. Momentan ist ja gerade hier irgendwie Formio drin, bis heute Abend oder morgen Abend oder so. Es gibt auch wieder ein Ticket für eine kostenpflichtige, befristete Forschung, bei der dreht sich alles um das Besiegen von Rocket-Rübeln. Da gibt es sechs mysteriöse Teile, eine Super-Brut-Maschine, ein Rocket-Radar, eine Begegnung mit Gladiandri, kostet 2 US-Dollar, das heißt bei uns dann wahrscheinlich 3,99 oder 2,99. Also, bräuchte ich nicht, aber wenn mir das einer gibt, müsste ich wieder gucken, dass ich das irgendwie verfilmen kann. Dann sind es noch was angegeben, hier Event-Bundles oder im Web-Store Sachen, was sie alles kaufen können, das lasse ich immer aus. Und eine neue Avatar-Pose. Die jetzt, die Pokéball-Wurf-Pose, im Event verfügbar ist, im Shop zum Kaufen, aber auch nach dem Event noch im Shop zum Kaufen verfügbar ist. Die gab es aber mit einem Ticket in einem der letzten Events, exklusiv, und jetzt könnt ihr die sowieso kaufen. Würde mich mal interessieren, wie viel die kostet und wie viel das Ticket gekostet hat und was der Unterschied ist. Nicht, dass das genauso teuer ist, nur dass ihr damals noch eine Forschung hattet und Items und andere Sachen und jetzt nur die Pose fast zum selben Preis. Das ist auf jeden Fall ein starkes Event, muss ich sagen. Neben den ganzen hier, Wetterwoche ist auch der größte Rotz, glaube ich. Das, was wir letztens hatten, war auch total sinnlos, aber... Ich werde wahrscheinlich nur einen Crypto-Growdon-Raid machen können, wollen, dürfen. Ach, die Spezialforschung machen mit Crypto-Growdon und das, was ich da habe, entweder ob es gut oder schlecht ist, werde ich vielleicht gucken, dass ich das mal auf 40 ziehe, weil das ja mein Lieblings-Pokémon mit ist. Crypto-Mewtwo müsste ich eigentlich jetzt nicht schon wieder Raids machen, da habe ich ja schon einen Community-Raid gemacht, aber ich glaube nicht beim Habanero-Account. Vielleicht braucht der doch eins, dass der auch mal einen gemacht hat. Also, Zwölfe Eier, auch interessant, Garno will neu, Frustration verlernen, vergesst das nicht, Krypto-Pokémon Flampion finde ich gut, Taubsee ist sowieso beliebt, wissen wir ja. Und ansonsten macht ein paar Raids, macht ein paar Feldforschungen, gönnt euch irgendwelche Grammurks-Bonbons, versucht Skaluk in der Wildnis zu finden. Also, interessante Spawns eigentlich und interessante Raids und interessante, alles was mit Krypto zu tun hat, ist sowieso immer so eine eigene Sache. Ich finde es schade, dass hier die Bilder wieder mal nicht da sind, dass das einfach nur noch Text ist, sieht halt immer so langweilig aus, aber trotzdem richtig starkes Event. Wie ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peter hat vorhaut, euer Ramses, morgen dann der Mega-Despo-Da-Community-Raid. Samstag ist ja schon Community-Day, da wollte ich mit dem Silvio zusammenlaufen, am Sonntag ist Proto-Kiocre-Raid-Day, da wollte ich auch mit dem Silvio zusammen eine Tour machen. Und dann kommt das Regi-Eis-Video, wahrscheinlich dann erst am Montag oder so, oder Sonntag und die Ausbeute vom Sonntag dann am Montag. Ja, mal gucken, das Wochenende wird auf jeden Fall wieder schlimm. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.